Musik Wo ist denn da? Wem ist die für ein Typ nicht? Jetzt komm her Komm mal kurz hier hoch, weil ich denk der ist ja auch irgendwo Au, ja, 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 ich bin grad noch ganz so, 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 müssen wir ihn reinfinden Zwölf, elf, zehn, hä, wo ist der? Da Da ist der Tricksack Eigentlich hat Kopfschuss aber egal Stell dich wieder an, Pleiskowitsch Äh Ist sie jetzt grad ernsthaft da rausgeglitscht? Schick ich nicht Äh Ist das ein Grafikfehler oder ist sie so gewollt? Versteh ich grad nicht Okay Ich bin grad irritiert, darf ich das? Ich glaub ja Da sind irgendwelche Elektro-Dinger Da ist aber noch keins gefunden Wo ist auf M eigentlich nicht mit die Map? Vorteil war für extra tutorials Lehn Ach, mit alt links Ah, ich kann mich jetzt rauslegen Ah, cool Musik gar nicht Limit erreicht 124 Ja, ich jetzt mehrere Beile Ich kann sie werfen, da ist ja die Folge angewusst Das wird mir eigentlich so erleichtert Warum ist da die Textur so komisch? Ich check das nicht Mir wird echt ein bisschen irritiert Da fehlt es? Aber wir sind jetzt einer von den vielen Bugs, muss man geheißen Na da gibt's Bugs Ich glaub aber das ist ein Bug Warum bin ich eigentlich so schwer am Arsch? So Wenn ich da jetzt mal noch fahre, bin ich tot, ne? Super Oh, oh, ich glaub hier spiel ich wirklich so schwer verpackt, wie ich es kein Heißer gehabt hat Dann hast du Da ist sie, die Steuerzentrale Hm Wo geht's da, ne? Irgend... Hm Das sieht alles komisch gerade aus Irgendwie passt das hier mal voll nicht ins Bild Irgendwie Verpackt sieht's aus Oh Gott Hammerfoss frei geht Da Haltet euch sofort irgendwo fest, so gut ihr könnt Da Haltet euch sofort irgendwo fest, so gut ihr könnt Hm Hm Und nun ist das irgendein Wobei der mit so einem Flugschiff Zeug, Ding da Die nur Flugboots in unserer Zeit Und dann da weiß, als Hochspanger wäre voll geil Drehen Sie ihn auf die Seite, Herr von Mathe Sie sind auf die Seite Wach auf, Max Max Gn Wach auf, Max Wach auf Wach auf, Max Er ist da Max Max Ok, kommt jetzt Wir sollten schnell untertauchen Geschafft, Herr Blazkowicz Also Scheiße Ich bin scheiße, unsere Züchter kommt nicht mehr gepackt. Ach nee, ich bin nicht mal gut mit der Züchter. Carolina, die Hammerfaust ist frei und ich gehe zurück zu unseren Leuten. Könnten Sie und Ihre Flügel noch etwas länger bei mir bleiben? Womit ich hier lang? Ach du Scheiße. Hilfe, 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 Hilfe. Ich gehe mal, tschüss. Bis später. Oh, guck mal, da geht's lang. Schön. Wo kommst du? Hier. Viel Spaß, hab die Granate. Hilfe? Hilfe. Hilfe. Auf der anderen Seite, das ist eine umgekehrt directionel Atlanta. Tschüss. tschüss hihihi das heck ist voll geil i love it aha ist ungeschlossen ich weiß nicht wo ich hin soll ach auch noch kleine Puppel aha verarscht laser gewerb das nächste gewerb führt hochreden gegen schiller ist zu streiten mit heim mit gerben markieren kann drücke kuh vertreten ach so ich hätte ihn so oder so töten müssen geil ok aufladen gut äh 3 war es ich will das wieder cool raf mal kurz auf alter schnellladestation voll geil juhu schon anladen nicht irgendwo aufladen naja so ich mach es da geil geil cool will doch wer raf 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 glass cool midi-bags gibts hier sonst noch was ist wir öffnen jetzt aber sämtliche möglichkeiten adm parikation pero diese sogenannte ich meine das ganze muss man kurz aufladen ach der kann man so aufladen ok das ist toll kann ich mit rumfahren das war so schön was ist das Limit erreicht reicht eigentlich immer das Limit bei der Munition so schnell was soll das haben wir in Luft jagen können hätten wir wusste ja nicht, dass es geht also es geht nicht aber wir können wir kurz aufladen ich finde die Waffe gerade witzig voll süß ich dachte wir werden dann langsamer das finde ich zwar komisch aber ok jungs jungs hey jungs lass mich doch nicht alleine was soll ich denn jetzt was soll ich denn jetzt öffnen ok nee nee aha oh süß was hier von dem fliegelegen abfahrt au wo sind die freaks denn jungs 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 das beginn hat mich doch beim hier arbeiten man ich hab schon aufgesammelt ok ach nöö ich hab schon mal ich hab schon mal ich hab schon mal ich hab schon mal getroppt oder ernsthaft echt jetzt ach komm ich hab schon mal das gibt's ja nix ja gut voll sind immer das geht ich will die mitnehmen oh beile midi-packs juhu oh lesen irene engel von geliebten kanzler zum generalernand berlin 20 juni 1961 die sonne schien und die vögel sang während der zeremonie am gestrigen morgen als frau irene engel von dem volkssaal in der hauptstadt vom kanzler persönlich zum generalernand wurde general engel die ihr leben voll und ganz dem glorreichen germanien und unserem geliebten kanzler gewidmet hat hielt eine bewegende rede die weltweit im fernsehen ausgestallt wurde wir wurden angegriffen nicht von einem fremden von einer fremden armee oder einem feind der unseren respekt wert ist sondern von kriminellen mördern und terroristen ich nehme die mir vom kanzler übertragene aufgabe an und werden diese person zur rechenschaft ziehen eine welt eine zukunft ein kanzler ihre rede bekam eine ganze minute lang beifall unser geliebter kanzler übergab general übergab sich bei general engel zudem zudem den ausmerzer die gewaltigen himmelsfestungen die speziell für den kampf gegen die terroristen im befreiungskrieg in den amerikanischen gebieten gebaut wurden naja irgendwie ist es gerade ein bisschen low noch kopfschuss cool also wir müssen ja üben wir wissen nicht was wir sonst noch aber ich muss ja im grunde jetzt eigentlich beide enigma-dinger haben ne äh tutorials was gibt es da noch motorrüstung ach so ja waffenauswahl ja ja beilwurf beil kann da mal herkommen ist einfach weg machen ach muss ein bisschen mitruf bleiben ok enigma-codes kommandant haben wir dabei mit dem den enigma-codes deckst du streng geheim und nützliche informationen in den bezirk aufstelle der kommandant kontrolliert du kannst kurz defiziturieren wenn du zugang zu einer enigma-maschine hast ok mission extras äh konzept totes karten hammerfeuchte lesbare schattkarten gold konzepte ich mag spielzeuge was ist das ist über oder unter uns leer war noch was mit irgendwas war das ich hab keine ahnung ich weiß nicht ob ich gerade aufgesandt oder geklitscht ich finde es ein bisschen schade dass mir so perverse fehler haben jetzt schon wohl bemerkt das wird noch ja waffe mit ja waffe jungen jungen ganz ruhig wollen doch nicht hier auf einmal ungehorsam werden sind wir da nicht vorhin lang gekommen war da nicht die Waffenkammer und das Loch ja, da war das Loch, genau hatte ich hier nicht noch irgendwas, kann ich da noch was mitnehmen ja, Nades, wuhu da hast du mir da aber erreicht, okay, war da noch ein Beil ja, na mit, kann man gebrauchen Munition für alle, Freiheit für alle Wohlstand für alle ja, ja wer weiß, wo das herkommt, das die da hat so, dann bewegen wir uns mal ganz richtig vorwärts, muss ich überhaupt hin hat jemand einen Plan von, ich weiß nicht, dass hier noch auf dem Leichen liegen juhu, hallo ich hier wäre, Günther um ein bisschen lang die Leiter hoch ich hab keinen Plan warum gibt's euch auf M nicht mehr meine Karte zu verfickte, Scheiße, du also hier würde ich nicht mal kurz hin, wo ist wen hin, da rechts da müssen wir auch noch was gehst du auch mal schneller hat er die Waffe mitgenommen? bitte, oh ja was? nehm die Waffe bist du bescheuert? da ist mein Baby nicht zurück oh, was hat man da? ach so, leh mir da rein, schade was gibt's hier noch? nix da ist niemand, schade es ist letztendlich die Waffe einfach droppen, ne, ich höre nicht meine Waffe ja, bestimmt da ist nicht nur die Waffe, ich bin sündig und habe ein Tanz so, leh das Gold so, leh das so, leh das 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 Vielen Dank.